Hallo meine Lieben, mit Sicherheit habt ihr euch gewundert, warum es lange Zeit von mir kein Video mehr gab. Das hat gesundheitliche Gründe. Und zwar bin ich schon seit Anfang März krank und mein Körper hat mir halt meine Grenzen gezeigt. Ich war jetzt Mitte März im Krankenhaus, vor 14 Tagen im Krankenhaus und vor 14 Tagen wurde ich dann noch operiert. Von dieser OP habe ich mich leider nicht richtig erholt, kämpfe halt immer noch mit Folgewirkungen. Und ja, ich hoffe einfach, dass es jetzt bald besser wird. So gut es geht, werde ich euch Videos hochladen, aber halt im Moment nicht wöchentlich. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür und bleibt mir trotzdem treu. Hab euch lieb, eure Maya 580.